Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Industrie neu gedacht von Bosch Rexroth. Wir sind wieder vor Ort in Lohr am Main und mir gegenüber sitzt Dr. Gunther May. Hallo Herr May, grüß Sie. Hallo. Wir kennen uns ja schon, wir haben ja schon mal über 5G gesprochen, ganz am Anfang haben wir über 5G gesprochen. Und heute wollen wir über virtualisierte Steuerungen sprechen. Als Sie mir das Thema über den Zaun geworfen haben, da musste ich mich erinnern, ich war glaube ich so vor 5, 6 Jahren auf einer Konferenz in Österreich und da hat der Professor Bauernhansel vom Fraunhofer IPA damals so eine Skizze an die Wand geworfen, wo es dann hieß, die Steuerung aus der Cloud. Und alle im Saal so, uh, was kommt da auf uns zu? Jetzt sitzen wir 6 Jahre später und reden jetzt über das Thema, nämlich genau, über virtualisierte Steuerung. Können wir am Anfang so ein bisschen definieren, ist es das, was Bauernhansel meint, Steuerung aus der Cloud oder ist es was anderes? Vielleicht können wir so ein bisschen Definitionsarbeit am anderen machen. Das passt durchaus zusammen. Es ist nicht genau das Gleiche, aber es sind Themen, die zusammenpassen. Und zwar ist es eine virtualisierte Steuerung, eine Steuerung, die unabhängig von einer spezifischen Hardware genutzt werden kann. Das heißt, sie kann zum Beispiel in einer Cloud-Umgebung laufen, also auf genau den gleichen Servern, wie ich sonst Cloud-Applikationen laufen lasse. Und trotzdem Steuerungsaufgaben übernehmen, entweder lokal oder aber auch entfernt. Entfernt kann heißen, meine virtualisierte Steuerung ist zum Beispiel in dem IT-Raum einer Fabrik. Sie kann sogar im Extremfall weiter entfernt sein, in einem Rechenzentrum oder ähnliches. Oder sie steht ganz nah mit dem Server am Band. Genau, das ist sogar der erste Fall, von dem wir glauben, dass er größere Bedeutung erlangen wird, ja. Also statt Schallschrank in Zukunft Server? Ja, das muss nicht ein klassischer Server sein. Das kann auch einfach ein Industrie-PC sein, der ähnlich wie ein Server betrieben wird, also mit IT-Methoden betrieben wird und auf dem so eine virtualisierte Steuerung läuft und die dann Aufgaben übernehmen kann für die Maschine, die direkt nebendran steht. Ist natürlich jetzt für Bosch-Rextro super, keine Hardware mehr. Ihr schickt dir nur noch eine Software rüber, spart richtig viel Geld. Ja und nein. Nein, die Hardware braucht man natürlich auch und im schlimmsten Fall ist das dann sogar Hardware von jemand anders. Das wollt ihr nicht so gerne? Ja, doch. Also wir haben da eine gewisse Offenheit, denn viele Kunden haben da tatsächlich im IT-Umfeld eine klare Vorstellung und haben zum Beispiel einen Vorzugslieferanten. Server kaufe ich immer bei Firma XY. Ihr macht ja auch keine Server, ne? Wir machen auch keine Server, nein. Industrie-PCs verkaufen wir schon unter eigenem Namen, Server dann nicht. Aber der Übergang, wie gesagt, bei einer Virtualisierung ist auch fließend. Ich kann den auf einen IPC drauf installieren oder auch auf einen Server. Jetzt erklären Sie mir doch mal, wie das funktioniert, eine virtualisierte Steuerung. Wie ist das mit der Echtzeitfähigkeit? Das war ja immer das große Thema. Eine Steuerung ist immer echtzeitfähig. Safety, Echtzeitfähigkeit. Wie schafft das eine virtualisierte Steuerung? Das hängt erstmal sehr stark vom Umfeld ab. Man kann sich vorstellen, wenn eine Steuerung irgendwo in einem Rechenzentrum 500 Kilometer weit entfernt steht, dass es allein durch die Kommunikationstechnik Begrenzungen gibt mit dem Echtzeitverhalten. Auf der anderen Seite, Echtzeitverhalten kann sehr unterschiedliche Werte, Applikationen bedeuten. Es gibt CNC-Maschinen, die mit Echtzeitverhalten, also Zykluszeiten, deutlich unter einer Millisekunde unterwegs sind. Das ist tatsächlich schwierig mit so einem Umfeld. Es gibt andere Anlagen, die im oberen Millisekundenbereich laufen. Das ist wiederum sehr gut möglich. Also da muss man sehr stark gucken, was für eine Applikation man hat und was man tatsächlich für ein Setup hat, wo der Server oder wo der Industrie-PC dann steht. Also Echtzeit ist nicht gleich Echtzeit. Richtig. Und Safety ist auch ausgeklammert, oder? Da brauchen wir auch... Es wird in den ersten Applikationen vermutlich nicht zum Tragen kommen, aber ich will nicht nie sagen. Also das ist durchaus auch im Bereich des Möglichen, hängt auch davon ab, wo eben dann diese virtualisierte Steuerung steht. Wenn sie neben der Maschine steht, ist das ein ganz anderes Thema. Oder auch im IT-Raum der eigenen Firma, wo man dann die Kommunikationstechnik gut im Griff hat, ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Jetzt haben wir letztes Jahr, virtualisierte Steuerung war ein großes Thema. Ganz viele haben da was gezeigt, haben da Konzepte präsentiert. Warum gibt es da jetzt gerade so einen Boom? Ist das, weil die Lieferantensituation, die Supply Chain schwierig ist, dass man sagt, naja, Hardware haben wir nicht, wir machen denen eine virtualisierte Steuerung? Oder kommt der Boom woanders her? Das mag ein Effekt sein. Was wir erleben ist, dass es viele Maschinenhersteller gibt, die auf der einen Seite in dieses Thema reindrücken. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Nehmen wir an, der Maschinenhersteller hat irgendwo eine Maschine im Feld bei einem Endanwender, die Maschine steht dort zehn Jahre. Und dieser Maschinenhersteller hat ganz tolle neue Software-Features entwickelt, die er dem Kunden zur Verfügung stellen möchte, weil damit seine Maschine zum Beispiel effizienter, genauer, was auch immer läuft. Jetzt hat man da eine zehn Jahre alte Steuerung drin. Und man kann sich vorstellen, dass aktuelle Features da drauf zu bringen, in der aller Regel schwierig ist. Er will ja auch den Prozess nicht anfassen. Das kommt dazu. Aber auch schon allein wegen der Rechenleistung, Speicherthemen und so weiter ist es gar nicht so einfach. Ein Klassiker ist zum Beispiel, man hat einen Verpackungsmaschinenhersteller und der möchte eine Kamerainspektion am Ende ergänzen, Qualitätskontrolle. Das kriegt man nicht auf eine Embedded-Steuerung, die zehn Jahre im Feld ist. Typischerweise funktioniert das nicht. Und da ist es durchaus eine Option, daneben im Prinzip einen IPC mit einer virtualisierten Steuerung zu stellen. Die macht dann die Bildauswertung und die kommuniziert mit dieser Embedded-Steuerung in der Maschine, um ihm zum Beispiel das Ergebnis dieser optischen Inspektion zu liefern. Kiste ist okay verpackt oder nicht. Also so ein Bypass im Prinzip. Ja, sie ergänzt im Prinzip die Features der Maschine, ohne direkt in den Prozess einzugreifen. Das ist eine Möglichkeit, ja. Was gibt es noch für eine Möglichkeit? Also Brownfield ist vor allem der Fokus. Retrofit. Das ist ein wichtiger Punkt, aber auch bei Greenfield-Applikationen, bei neuen Maschinen, kann man das durchaus berücksichtigen, wenn ich zum Beispiel besonders rechenintensive Prozesse habe. Nehmen wir mal an, eine Bahnplanung in einer CNC-Maschine oder ähnliches. Maschinelles Lernen. Maschinelles Lernen, Digital Twin-Applikationen, aufwendige Themen, die kann man relativ gut in eine virtualisierte Steuerung auslagern, die dann wiederum atmen kann. Denn eine Embedded-Steuerung zu erweitern in Bezug auf Rechenleistungsspeicher ist typischerweise wesentlich aufwendiger, als bei einem Server, einem zweiten Server dazuzustecken, der auf der gleichen Virtualisierungsplattform läuft, oder Speicher dazuzustecken, Rechenleistung dazuzustecken. Das ist wesentlich einfacher machbar, skaliert viel mehr und ist flexibler für die Zukunft. Das hört sich so an, wenn Sie das erklären, als ob das alles nur Plug and Play wäre. Stecker hier, Stecker da, alte Embedded-Steuerung mit dem Industrie-PC verbinden, mit der virtualisierten Steuerung und läuft. Wie sieht die Realität aus? Es stellt tatsächlich eine Menge Anforderungen an die Steuerungssoftware, die da drauf realisiert wird. Da muss der Hersteller seine Hausaufgaben gemacht haben. Die Embedded? Bei beiden tatsächlich. Also man braucht tatsächlich eine gute Durchgängigkeit zwischen der Embedded-Steuerung und der virtualisierten Steuerung, wenn man die genau in so einem Pärchen betreiben möchte. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma mit dem Data Layer von Control X eine der wichtigen Voraussetzungen geschaffen, dass man zwischen diesen beiden Steuerungen effizient und flexibel Daten austauschen kann. Auch von Steuerung A, B, C, D, E? Absolut. Nicht nur aus dem Hause Bosch-Rexo, sondern wenn ich eine Embedded-Steuerung habe von B, dann kann ich im Prinzip eine virtualisierte Steuerung von Bosch-Rexo nehmen und ihr habt den Layer dazwischen und könnt es gerade ziehen. Ja, denn der Data Layer ermöglicht es auch über standardkonforme Kommunikationsprotokolle wie OPC UA Daten auszutauschen. Natürlich ist es so, dass es da viel Kleingedrucktes geht. Wir haben natürlich die Kommunikation zwischen unseren Steuerungssystemen optimiert, Echtzeitverhalten und so weiter, aber auch über Herstellergrenzen hinweg ist das durchaus möglich. Das wäre ja auch ein schöner Markteintritt zusätzlich. Man kann sagen, hey, du hast hier eine Embedded-Steuerung von Y und wir haben eine virtualisierte Steuerung für dich. Das nächste Mal überlegt doch auch, nimm die Embedded-Steuerung von Bosch-Rexo, weil dann ist es noch einfacher in Zukunft. Absolut. Es ist ja auch sozusagen ein Markteintritt über die Hardware sozusagen. Virtualisierte Steuerung, jetzt haben wir das angesprochen. Wenn ich jetzt ein Maschinenbauer bin und ich habe gesagt, ja, das interessiert mich, ich habe hier zehn Jahre alte Maschine. Was muss ich jetzt tun? Was muss ich mir anschaffen? Zunächst einmal sollte man sich überlegen, wie das Konzept, das Hardware-Konzept dahinter sein soll. Möchte ich einen IPC daneben stehen, einen Industrie-PC? Möchte ich die Verarbeitung separat in einem IT-Raum machen? Möchte ich tatsächlich in eine Cloud-Umgebung gehen? IT will ich nicht. Da kommen die IT-Rungs und sagen, alles schwierig immer. Ja, auf der anderen Seite gibt es durchaus Endanwender, die darauf drängen. Die sagen, dass zum Beispiel die Software-Distributionsmechanismen, Updates und so weiter im IT-Bereich sehr, sehr etabliert sind. Und die möchten die auch dafür nutzen. Also da kommt wiederum ein Push von den Endanwendern. Ah, das ist interessant. Das heißt, sie sagen, hey, wir übergeben diese virtualisierte Steuerung unserer IT. Die kümmern sich darum, die machen die DevOps und kümmern sich um die ganzen Updates und halten das up to date, schieben das bei uns in den Serverschrank und das ist deren Verantwortungsbereich. Richtig. Das ist Vorstellung von einigen Endanwendern, dass das genauso läuft. Okay. Und habe ich dann durch diese virtualisierte Steuerung, habe ich dann auch eine bessere Konnektivität zu meinem übergelagerten System, ERP, MES, den Datenaustausch, dass der vereinfacht wird? Das ist durchaus möglich. Und zwar können die auf dem gleichen Server unter Umständen liegen. Wenn die in der gleichen Virtualisierungsumgebung laufen, da gibt es die bekannten Ansätze über virtuelle Maschinen, über Kubernetes-Cluster und ähnliches. Das kann durchaus in der gleichen Umgebung laufen und ich habe dadurch eine bessere Durchgängigkeit an der Stelle. Wenn wir jetzt mal auf diese virtualisierte Steuerung schauen, dieses Stück Software, das ihr da liefert, was ist denn da jetzt drin? Ist da IEC 61131 drin oder was kriege ich da von euch? Das Schöne bei uns ist, man bekommt eine komplette Control-X. Es ist eigentlich im ersten Moment egal, ob man eine Embedded-Steuerung hat oder eine Steuerung, die in einer virtualisierten Umgebung läuft. Sie bietet am Ende die gleiche Funktionalität. Also man kann die gleichen Apps verwenden und im Prinzip auch Applikationen hin und her schiften zwischen den verschiedenen Steuerungen. Es gibt natürlich bestimmte Abhängigkeiten. Wir haben Stichwort Echtzeit. Wenn ich in einer Umgebung bin, wo ich vielleicht nur eine Zykluszeit von 10 Millisekunden aufgrund einer Server-Architektur hinbekomme und einer Kommunikationsarchitektur, dann kann ich da vielleicht keine CNC-Steuerung mit 250 Mikrosekunden Zykluszeit laufen lassen. Aber grundsätzlich gibt es erstmal die Möglichkeit, Apps unabhängig von der Hardware-Umgebung zu nutzen. Naja, das wäre ja die Möglichkeit, ich lasse die Embedded-Steuerung sozusagen den Heavy-Work machen und der Industrie-PC ist sozusagen mein Backup, meine virtualisierte Steuerung, auf der ich sozusagen die Applikationen fahre. So ist die Idee. Also die Idee ist tatsächlich, dass man bei Applikationen, die schnelle Zykluszeiten erfordern, eher auf einer Embedded-Steuerung diese Regelkreise schließe und dass dann die rechenintensiven, speicherintensiven Applikationen oder Applikationsteile, Dienste dann in dem virtualisierten Bereich laufen. Und dass die dann Hand in Hand zusammenarbeiten und wie bei Control-X über den Data-Layer ganz eng aneinander angebunden sind. Das heißt, ich brauche aber auch für jede Maschine eine visualisierte Steuerung, oder? Ich kann nicht über fünf Maschinen eine visualisierte Steuerung laufen lassen, oder? Das ist durchaus möglich, das zu tun. Das muss man sich tatsächlich in seiner Applikation überlegen, ob das sinnvoll ist. Das ist durchaus möglich, auch über eine virtualisierte Steuerung mehrere Embedded-Steuerungen mit Diensten zu versorgen. Das ist durchaus auch möglich. Wenn ich jetzt mal überlege, wenn wir so über das Thema Machine Learning sprechen und was da so kommt, dann ist ja mal das Problem, diese Datenaggregierung, das Datensammeln in der Fertigung und jeder muss an seine Steuerung ran, an jede Maschine. Wenn ich jetzt eine visualisierte Steuerung habe, liegt das ja auf dem Server und ich kann mir das ja direkt ziehen aus der visualisierten Steuerung, die Daten, die dort anbefallen sind. Also ist das auch eine Skalierbarkeit im Engineering-Prozess, wenn ich was tun will? Ich kann es viel schneller tun, viel einfacher. Modelle können viel schneller wieder zurückgespielt werden. Ich muss nicht an jede Maschine rangehen und das Thema wieder machen. Ja, das ist tatsächlich so. Also was man zum Beispiel machen kann, ist, man kann auf seinem Laptop, mit dem man das Engineering betreibt, eine virtualisierte Steuerung platzieren, die zum Beispiel in einer virtuellen Maschine läuft, kann da Sachen direkt auszuprobieren. Das ist ein Twin dann? Digital Twin von der virtualisierten Steuerung? Das ist möglich. Das ist letztendlich dem Nutzer offen, was er im Prinzip mit dieser virtualisierten Steuerung macht. Es ist tatsächlich erstmal eine Steuerung, die lokal da drauf läuft. Und da kann man Sachen wirklich ausprobieren. Und dafür brauche ich ein Thinkpad oder ein Jupyter Notebook? Also richtig was mit Leistung? Das hängt von der Applikation ab. Aber starten kann man es auf jeden Fall auf einem durchaus ganz gebräuchlichen Laptop und kann da schon einiges mitmachen. Absolut. Wohin geht die Reise bei den virtualisierten Steuerungen? Kommt da noch mehr Rechenleistung? Kommt da noch mehr Echtzeitfähigkeit? Oder wo geht die Reise dahin? Die Reise wird dahin gehen, dass sie erstmal mehr Funktionalität bietet und auch das ausnutzen kann, diese Laufzeitumgebung, dass ich in einem virtualisierten Bereich bin. Wie mache ich meinen Software-Deployment? Wie deploye ich meine Applikationen? Wie verteile ich die auf verschiedenen Knoten? Das Thema Safety wird in irgendeiner Form eine Bedeutung darin erlangen. Wir werden im Bereich der Funktionalität viel sehen und auch des Managements der Maschine, des Engineerings, da werden wir viel sehen in Zukunft. Jetzt machen wir nochmal die Frage, die IT-Jungs sollen das ja dann verwalten. Haben die Lust auf Steuerungen in der Fertigung? Das merken sie gar nicht unbedingt. Letztendlich ist das ein Server wie jeder andere auch, auf dem eine Applikation läuft wie jeder andere auch. Das ist zumindest das Zielbild, was wir von Endkunden hören. Aber die Prozessplaner, die Automatisierungsingenieure, die sozusagen am Werk sind oder unten in der Straße sind, die müssen ja Zugriff auf die virtualisierte Steuerung haben, aber die IT schaut auch rein. Genau, die gucken von verschiedenen Seiten da rein. Die Fertigungsplaner, die brauchen dann eben die Dienste, die in dem virtualisierten Umfeld laufen. Und für die ITler ist das weiterhin IT-Infrastruktur. Es wird zum Teil der IT-Infrastruktur. Wenn ich jetzt über Zielgruppen spreche, Retrofit ist das ganz große Thema, ältere Maschinen fit für neue Applikationen zu machen. Wie einfach oder wie leicht ist es dann, so eine Maschine zu retrofitten mit einer virtualisierten Steuerung? Viele Sachen werden leichter. Was man auf jeden Fall aber im Kopf behalten muss, sobald ich eingreifen muss in die Elektronik der Maschine, in die Mechanik der Maschine, wird es aufwendig. Auf der anderen Seite gibt es viele Ansätze, die Effizienz, Qualität und so weiter bestehender Maschinen, ohne direkten Prozesseingriff zu verbessern. Wie gesagt, zum Beispiel dieses Thema mit, ich lasse bei einer Verpackungsmaschine danach eine optische Inspektion durchführen. Da gibt es ganz viele Beispiele, auch über KI-Themen, die Maschine zu ergänzen, ohne direkt in den Prozess einzugreifen. Das sind üblicherweise die Sachen, die man viel leichter angehen kann, als direkt in den Prozess einzugreifen, denn da sind typischerweise dann deutlich aufwendigere Arbeiten nötig. Jetzt frage ich Sie, Herr May, auf der SPS, da gibt es jetzt sogar neue SPS-Hersteller, viele kleine SPS-Hersteller, die auf den Markt kommen. Die verkaufen aber noch die Kisten. Verpennen die was? Oder warum haben Sie nicht schon vor fünf Jahren gesagt, wir machen virtualisierte Steuerung, wenn es so gut ist? Woran hat es gehapert? War es Rechenleistung? War es Bereitschaft beim Kunden, darüber nachzudenken? Warum ist jetzt die Stunde? Ja, ich glaube gar nicht, dass es so ein Zeitthema ist, dass sich da jetzt so extrem viel geändert hat. Ich glaube einfach, die Situation ist die, dass man erst einmal Feldgeräte braucht, damit eine Maschine überhaupt lebensfähig wird. Also man beginnt auf der Feldebene und kann sich dann in den IT-Bereich bewegen. Ich glaube, es ist sehr schwierig, aus dem IT-Bereich zu kommen und die Automatisierungstechnik, also die OT, wirklich zu verstehen und zu verstehen, was die haben möchte. In vielen Stellen hat sich das gezeigt, dass es wesentlich einfacher ist, tatsächlich aus der OT zu kommen und sich Richtung IT zu bewegen. Ich will noch einmal zurückkommen auf das Thema IEC 61131. Jetzt haben wir über Control X gesprochen. Im Prinzip ist die virtualisierte Steuerung eine Control X, eine Oberfläche von Control X. Das heißt, ich kann mit Hochsprachen dort arbeiten, aber auch mit meiner IEC 61131, oder? Das ist so, absolut. Das ist das Grundkonzept, was wir auch in unserem Produkt Control X nutzen oder in dem Produkt dann Control X OS, wie bei uns die Softwarelösung von Control X heißt. Sowohl die, die auf Fremdhardware lauffähig ist, also direkt auf Fremdhardware, als auch die, die dann in einem virtualisierten Umfeld laufen kann. Das heißt, ich kriege meine jungen Entwickler da dran, an das Thema virtualisierte Steuerung, aber ich kann auch mit meinem bestehenden Team daran arbeiten. Genau, das gleiche Konzept wie bei Control X, beziehungsweise Control X Core bei unserer Steuerung, ja. Wenn wir mal, jetzt sprechen wir viel über den europäischen, deutschen Markt. Ist dieses Thema virtualisierte Steuerung nur was, was Europa betrifft oder seht ihr vom Bosch-Rexo das auch in US und in China? Absolut, also da sehen wir keine wirklichen Unterschiede zwischen den Ländern, höchstens wie weit die Maschinenbauer und die Endanwender tatsächlich in die Zukunft denken und da sind wir in Deutschland und im europäischen Umfeld, ja, ziemlich weit vorne. Könnte das das Next Big Thing sein, wo sich sozusagen die europäische Automatisierungslandschaft abgrenzt zu Wettbewerbern wie, sagen wir mal, Google, AWS, die ja auch auf den Shopfloor drängen, aber die nicht diese Steuerungskompetenz haben? Ja, das ist eine gute Frage, wie sich das entwickeln wird. Endgültig beantworten kann ich das auch noch nicht, aber das ist so, dass die auch in diesen Bereich reindrücken. Ich bin aber eigentlich davon überzeugt, dass man diese OT-Kompetenz im Moment braucht, um dem Maschinenbauer und dem Endanwender wirklich ihren Mehrwert zu bieten. Genau, ihr habt ja die OT-Kompetenz, aber jetzt setzt ihr eine IT-Kompetenz noch dran, sozusagen, und bringt die OT in die IT-Welt. Ihr geht im Prinzip den gegensätzlichen Weg, den der Microsoft, der Google, der AWS sozusagen geht, sie kommen runter auf die Feldebene und ihr geht von der Feldebene in die Serverinfrastruktur rein. Und ich glaube, das könnte schon eine Chance sein für Europa oder für die Automatisierungslandschaft, sich sozusagen ein Stück weit abzugrenzen von den großen amerikanischen Hyperscalern, die dort auch Umsatz wittern. Ja, es ist auch nicht unbedingt immer so, dass es um jedes Bit dann einen Konkurrenzkampf geben wird. Es wird da auch Applikationen geben, die beides nutzen. Also ich kann mir zum Beispiel sehr gut eine Applikation vorstellen, wo es eine virtualisierte Steuerung, eine KI-Applikation realisiert, die dann in der virtualisierten Steuerung ausgeführt wird. Und das Anlernen wird zum Beispiel in einer Azure-Umgebung realisiert. Also das kann sehr gut sein und ich glaube auch, das wird das Typische sein. Aber trotzdem habt ihr die Hoheit über den Prozess. Das war ja immer die große Angst, dass man sozusagen diese OT-Kompetenz auch verliert, dass ein großer Hyperscaler, das bisschen Engineering, das machen wir so noch nebenbei. Das schauen wir uns ein bisschen an, aber es ist nicht nur ein bisschen Engineering. Das ist tatsächlich mehr, aber wir sehen uns da in einer ganz guten Situation, absolut. Also war der Professor Bauernhansel nicht damals seiner Zeit voraus, aber heute ist es State of the Art. Ja, es ist noch nicht so, dass jetzt 90 Prozent der Maschinenbauer so denken, aber es gibt durchaus Maschinenbauer und Endanwender, die das jetzt haben wollen aufgrund der genannten Vorteile, Flexibilität, Upgrade-Fähigkeit und Ähnlichem. Und wir werden da zunehmend mehr sehen. Ich finde es total super, dieser Retrofit-Beispiel, weil wir sehen ja, dass im Maschinenbau die Margen immer kleiner werden. Also man verkauft die Maschine einmal und dann hört man ja lange nichts mehr vom Kunden, im schlimmsten Fall. Dass die Maschine läuft, alles super, aber ich will ja nach fünf Jahren auch wieder was verkaufen. Ich will ja einen Service anbieten, digitale Service-Modelle über Plattformen und wie auch immer, was ja auch die Control-Export-Ökosystem sozusagen postuliert und wo der Hans-Michael Krause im Podcast ja schon mal erklärt hat, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, toll ist, dass jetzt auch sozusagen auf der Hardware-Seite das möglich gemacht wird für die Maschinenbauer, das wirklich auch an den Kunden ranzubringen in einer leichten Weise, weil viele grauen sich ja davor, ja dann habe ich eine Applikation und dann muss ich den Prozess anfassen und dann muss ich an die Maschine ran. Und ich glaube, dass das der charmante Ansatz ist, über eine virtualisierte Steuerung da zu gehen. Ich glaube auch andersrum, dass es für den Kunden sehr attraktiv sein kann, wenn ihm der Maschinenbauer nach ein paar Jahren, nachdem die Maschine in Betrieb ist, ein Angebot machen kann. Hier das und das Paket auf Basis virtualisierter Technik können wir ihnen anbieten. Damit wird ihre Maschine zehn Prozent genauer, besser, schneller, was auch immer. Also das ist durchaus auch attraktiv, wenn man Features tatsächlich ohne ein riesiges Retrofit in eine bestehende Maschine integrieren kann. Und wo ist euer Sweet Spot? Ist das der Maschinenbauer oder ist das der OEM? Wo sagt ihr, den machen wir heiß auf virtualisierte Steuerung, sodass der OEM sagt, ja komm, lieber Maschinenbauer, komm mal ran mit einer virtualisierten Steuerung, weil ich will Zusatzapplikationen. Oder ist es eher ein Push vom Maschinenbauer, dass er sagt, ich will was verkaufen? Es ist tatsächlich im Moment beides. Also wir selber sind gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt wird. Wir sehen tatsächlich beides und wir probieren, beidem gerecht zu werden und sehen uns auch auf einem guten Weg dazu. Wir wünschen euch viel Glück dabei. Vielen Dank, Gunther May. Dankeschön. Vielen Dank.